Hallo und herzlich willkommen zurück zur Stadt auf der Tomb Raider. Letzte Folge haben wir die Nebenquest fertig gemacht mit Taki, glaube ich, hieß der. Ja, Taki. Ich hab's gerade ge- habt, aber ich hab's gerade beendet und weiß den Namen nicht mehr. Autsch. Und jetzt gucken wir uns mal auf den Markt um. Wunderschön. Hi. Wirst du handeln? Bitte. Ich hab kaum genug, um den Tribut zu bezahlen. Tribut an wen? Den Kult von Kukulkan. Sie verlangen die Hälfte aller am Markttag erzielten Profite, aber wenn sie glauben, ich wollte sie betrügen. Ich verstehe. Danke, Ischik. Dann handeln wir? Ja, auf alle Fälle. Schlammholzbogen. Feuerpfeil, Geräuschlosepfeil. Jägerküche, Mittelgrößer, Robustel-Lederküche, den Trakt bekommst du, alle Pfeiltypen. Großer Fellgefütterter. Äh, das ist fies. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ja, okay, den holen wir später. Das ist Geräusch-Philosophil-Atlatl-Atlatl-Bogen. Ein Langbogen, das eine Konstruktion von alten Atlatl-Atlatl inspiriert wurde. Das ist auf Schaden, das ist Ziel-Tempo und Halterzeit. Ja, ein bisschen hat nicht genug Geld. Mist. Ich würde mir so gehen noch den großen Küche holen, aber geht leider nicht. Obwohl... Die Götter sind für uns. Das war eine ausgezeichnete Wahl. Ja, jetzt kann ich es wohl schön. Das wird bestimmt nützlich für dich sein. Ich bin immer bereit zum Handeln. Da ist es wohl nicht. Ich bräuchte aber jemanden, der ein besseres Messer verkauft. Da ist es wohl nicht. Hallo. Ich kenne dich nicht. Was machst du hier? Wo hast du diesen Umhang her? Es wurde mir gegeben. Von Honoratu. Oh, du bist ein Gast der Königin? Nichts für ungut. Bitte, du musst mir verzeihen. Schon gut. Keine Sorge. Wie kann ich dir helfen? Jetzt haben wir da gewonnen. Tasche kommt, sagt er. Kompakt der Fellbeutel, der die Tragekapazität für natürliche und Menschen gemacht. Okay. Ja, ist wahrscheinlich das gleiche. Ja. Messer Upgrade. Das ist zu teuer. Schade. Ich hätte mir nicht sofort in die Küche holen sollen. Mist. Egal. Ich kann nicht mehr tragen. Okay, es soll. Ruhig mir noch mal eben das Öl. Ich habe mir Feuerpfeuille gemacht. Dann machen wir mal mit der Story weiter. Nachdem ich dir das zugeholt habe. So viel Zeit muss sein. Schutz für die Schlange. Eine Darstellung fremde Einflüsse. Das hier ist schwer zu verstehen. Menschen haben sich zwischen zwei Flüssen angesiedelt und sie waren nicht allein. Die Fremden schienen allerdings nicht gefährlich zu sein. Das ist doch gut. Was ist das? Äh, irgendwas. Wollte ich noch nicht um was aus dem was machen? Nee, egal. gehen wir weiter aufs tor zu platz wo gibt es denn das neues hier ja hier ist das größeres magazin ja das ist nach dem posten nicht so wichtig der ist noch nicht voll bei euch aber das bessere upgrade ist das art die ausgesucht ist am kirche bis zu einem munitionsbeutel sei 3 ok erhöhte effektivität von wahrnehmungsfünsten ermöglichen ok von ziehen fallen auch hier es war unbedingt nutzen sie einen seiten von essen aus umfeld zu tun ihre leichten Gäste das wird ich mir holen Mist im Nachhinein ich glaube im Nachhinein wäre es doch besser gewesen wenn nicht weil dann könnte man die auch anlocken zu spät was ist denn hier los dafür brauchen wir das besser ja ärgerlich hallo nur dazu gehen wir weiter hakan was ist das kultisten sie warten darauf dass ihre gottheit erscheint wenn die katastrophen beginnen wird der gott kukulkan geopfert um die sonne zu erhalten sonst kommt das ende der welt sie opfern ein gott ihn zu opfern ist meine pflicht doch der führer des kult will meine position um selbst zum gott zu werden er glaubt wir könnten aus der welt ein von uns selbst erschaffen des paradies machen die welt neu erschaffen was ich hab das schon mal irgendwo gehört da ist er ich weiß wer das ist das ist dr dominguez oh oh seht her endlich besitzen wir das werkzeug zur einheit und der lösung um in kürze werden unsere träume von frieden und geborgenheit zur realität werden sie nennen ihn schon jetzt kukulkan aber sein wahrer name ist amaru er kommt eigentlich von hier doch wurde von fremden aufgezogen aufgezogen die menschen hier glauben an ihn aber du nicht mein verstorbener mann sahiri war sein bruder sie hatten verschiedene ansichten zur zukunft patitis nach dem tod sahiris ist amaru vollkommen im kult aufgegangen ihr habt bereits den sturm gesehen und ihr befürchtet dass doch mehr katastrophen kommen ich versichere euch dass bei titi für immer und ewig überleben und gedeihen wird ich kenne amaru wenn ihm wirklich gelingt was er will wird niemand der an ihm gezweifelt hat sein paradies sehen er wird die rebellen vernichten nicht wenn sie die schatulle nicht finden ja wir müssen sie unbedingt vor ihnen finden vielleicht spürt amaru noch ein wenig vernunft und liebe tot allen verrätern sie werden ihre strafe bekommen hakan hör auf wir müssen zuschlagen solange wir noch können die gerechtigkeit wird am ende gewinnen du darfst die rebellion nicht für gefühsausbrüche riskieren oh oh das ist lieb oh oh ätzli erkunde die gegend wir treffen uns an der bergkante letzte warnung verschwinde folge ätzli deine kleidung wird dich nicht lange verstecken ich kümmere mich um die schatulle versprochen hoffentlich im richtigen sinne du warst gewarnt friedlich zu bleiben ich war lediglich mit meinem sohn spazieren amaru verliert langsam die geduld es kommt nicht wieder vor weiter geht's hm 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 ich gehe zum auge der schlange wir brauchen die schatulle vor der nächsten katastrophe hm 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 ja genau ähm das haben wir geschafft was hier das war es nicht ah ne durch ich suche nämlich gerade dieses äh das haben einfluss reicht weiter als ich dachte sie haben seit jahrhunderten die kontrolle über patiti wo man sie als den kult von kukulkan kennt ihre ranghöchsten mitglieder in patiti nennt man die schlangen wachen sie werden schon in jungen jahren unter den besten kriegern patitis ausgewählt und kämpfen an der seite der jaguar krieger und adlerschützen ok und jetzt ein foto von dr dominguez in seinen kultisten gewandt dr dominguez stammt ursprünglich aus patiti wo trinity seit dem siebzehnten jahrhundert eine präsenz unterhält das einstige oberhaupt des hohen rates ein italienischer kardinal namens gualtiero de luca dominguez sah großes potenzial in dem kleinen jungen und bildete ihn wie ein sohn dazu aus seine nachfolge anzutreten er stieg in den reihen von trinity auf bis er schließlich zum oberhaupt des hohen rates wurde er verbrachte den großteil seines lebens außerhalb von patiti wobei er zwar häufig dorthin zurückkehrte aber nie lange blieb sein richtiger name ist amaru aber als hohe priester des kultes in patiti wird er von vielen nur mit seinem ehrentitel angesprochen kukulkan er brachte den schlüssel von chak chel aus kosumel zurück und versicherte seinem volk er würde ihn zu dessen schutz verwenden amaru will die schatulle von x chel in seinen besitz bringen um patiti vor den zunehmenden gefahren der außenwelt zu beschützen er liegt aber bereits der verlockung der macht der möglichkeit die welt nach seinen vorstellungen neu zu erschaffen und das versuchen wir natürlich zu verhindern warte und sehen wir wie wir in den sprachen sind ok schuhe sind wir sehr weit sehr weit sogar finde ich cool gucken wir mal weiter hallo ich und etzli haben oft zusammen gespielt aber in letzter zeit sehe ich ihn kaum ich verstehe das natürlich er hat wichtige dinge zu tun wichtig für uns alle hier aber er fehlt mir niemand konnte ein stein weiter über den fluss werfen mhm was haben wir hier schönes ah ok mhm ah gut tödliche ehrenmutter die darstellung der arztekischen göttin kuatli 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 der schöpfung herbeizuführen ok ok hier ist so ein hart werft oh und da sehe ich gerade eine goldhüter eine jahre ade okay du hast ja dann er geht ich ja aber wie dunkel ist da im dragen aber wie dunkel ist da unten ist auch hier komme ich nicht ran also so zu wissen wenn ich erst mal nach hier unten und sehen wir den Schrein an hier wird die Geschichte von Viracocha erzählt des vaters aller Schöpfung er erschuf den Himmel die Erde die Sonne und Sterne den Mond die Zeit selbst sowie sämtliche Lebewesen einschließlich der anderen Götter Viracocha galt zu Anfang als oberster Gott der Inka doch im Laufe der Zeit ging diese Ehre auf seinen Sohn Inti über den Gott der Sonne seine Verbindung zum Meer behielt Viracocha jedoch bei wörtlich übersetzt bedeutet sein Name so viel wie Fett oder Schaum des Meeres ok cool äh eh geht er rein achso ich dachte komm ich auch dahinten nein schade leider nicht ok ich tauche nochmal auf versuche jetzt mal nach hinten durch zu kommen mach schnell mach schnell mach schnell mach schnell ja zeremonieller Feuerbohrer ein Handbohrer die auffälligen Verzierungen dieses Feuerbohrers deuten darauf hin dass er für die Neufeuerzeremonie gedacht war ein aztekisches Neujahrsfest an dem fünf Tage lang gefastet Aderlässe durchgeführt und Opfer dargebracht wurden der Feuerbohrer wurde auf der Brust der frisch geopferten platziert und entzündete mit seinen Funken ein großes Freudenfeuer das wiederum die Flammen jedes nahen Tempels nährte ok wo ist die versteckte Information dieser Bohrer scheint allerdings nie benutzt worden zu sein seine Rehlen weisen keinerlei Blutspuren auf ist auch gut so ich weiß nicht wie es euch geht aber ich hätte nicht so gerne etwas in meiner Tasche was noch mit Blutgefall getropft ist oder an dem als Blutge ist interessieren ob da was am Wasserfall ist nein der war ein schöner Ort und musste verstecken das ist ein volles Holz aber ist schon voll ok aber da haben wir noch was zu lesen solche eine Darstellung von Menschen die einer Krankheit erliegen als nach der langen Dürreperiode endlich Regen fiel verließen die Ratten ihre Baue um nach weiterer Nahrung zu suchen und mit den Ratten kamen die Plagen jene die von ihnen befallen wurden bluteten aus Nase und Ohren bevor sie einen qualvollen Tod fanden sie starben in so großer Zahl dass einst belebte Städte verlassen zurückblieben ja wenn Regen kommt nach einer Dürreperiode werden alle Ratten ausgeschwemmt und naja Ratten sind halt die Tiere die die meist zumindest die meisten Bakterien übertragen die sind auch verdammt gerissen muss man schon sagen ist ja was passiert sieht mir so trostlos aus ach ich bin hier wie ich weiß jetzt wo ich bin wie bin ich denn hier hingekommen ich bin auch nicht so weit gelaufen als bitte doch mit ihrem will schon gesprochen genau in den Tempel kamen wir ja nicht jetzt noch mal kommen wir rein wo ist meine Mutter sie vermittelt zwischen den Wachen und Hakan wie ist es außerhalb von Paititi naja da gibt es viel die Welt ist sehr groß größer als Paititi oh ja größer als 100 Paititis was bringst du mich da hin da hat deine Mutter auch noch etwas mit zu reden hm was du suchst ist dort drin woran erkenne ich die richtige Kammer am Geruch des Todes falls du überlebst kannst du über das alte Bewässerungssystem zurückfinden wir sehen uns dort sei vorsichtig der Kult hat Patrouillen das befürchte ich die verbauende Stadt die selber eine Schatulle von X-Chel finden Geplagtes Land Darstellung der Umsiedlung Paititis die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme Bauern rodeten den Dschungel um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen um Fleisch zu beschaffen verschiedene Gruppen die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten führten oft heftige Debatten darüber wie diese Probleme am besten zu lösen wären Hm okay ich bin mal gespannt wie schnell wir hier auf Trinity stoßen diese ganzen Goldschätze hier Wow, das sagt echt viel aus. Makaruitl, ein Makaruitl. Das ist bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Oh ja, die sieht arg benutzt aus. Vor allem oben. Wo ist die versteckte Information? Am Griff? Nein. Ah, da. Ja. Das sieht stark dann aus. Schauen wir mal weiter. Da haben wir wieder was zum Ausblümmen. Ausblümmen. Ausblümmen ist das richtig? Ausblümmen richtig? Ich bin mir gerade wirklich unsicher, ob Ausblümmen richtig ist. Ich glaube ja. Oh, ich höre da jemanden. Alles klar. Ähm. Was war das denn gerade? Hä? Ich bin gesprungen, auf einmal dreht sich die Karte. Was? Da ist zwar eine eigene Dummheit. Entschuldigung. Was war denn das gerade auf einmal? Ich springe dran, auf einmal dreht sich die Kamera vollkommen. Alles klar. Das ist schon besser. Jetzt haben wir uns mal wieder ab. Eins und zwei und drei. Dafür habe ich nicht genug Platz. Was haben wir hier? Ah, das wieder. Boah. Ah. Neues Basislager entdeckt. Ich glaube, nichts hätte mich auf Paititi vorbereiten können. Die Menschen, ihre Geschichte, was sie erlebt haben und wo sie heute stehen. Wenn man ihn so hört, Amaru, Dominguez, Kukulkan will nur Paititis Sicherheit. Aber ich weiß, was er dafür tut. So viel Tod und Grausamkeit. Ich muss ihn aufhalten. Und das schaffen wir hoffentlich auch. Ach, das habe ich noch nicht verbessert, weil ich mir nicht sicher war, ob wir noch irgendwas bekommen. Und was sich gleich da hinten verbirgt, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Ich hoffe, es hat euch, ich hoffe mal wieder, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Heavy Man.